Pietro Lombardi und Oliver Pocher beweisen, was wahre Freundschaft alles aushält. Dicke Luft bei Oliver Pocher und Pietro Lombardi? Pietro Lombardi, 32, und Oliver Pocher, 46, haben nicht nur im TV schon viele gemeinsame Formate absolviert, sondern sind auch im wahren Leben Freunde. Auch in schwierigen Zeiten sind sie füreinander da, stehen füreinander ein. Oder etwa doch nicht, in einer Fragerunde auf Instagram will ein Fan von dem Sänger wissen, ob er noch Kontakt zu Oliver Pocher habe. Klingt beinahe nach dicker Luft, doch Pietro stellt klar, dass zwischen dem Musiker und dem Comedian alles andere als Zwist herrscht. Erst vor drei Tagen war ich bei Oli zu Hause und wir haben einfach mal eine gute Zeit gehabt, über früher geredet und über alle möglichen Sachen. Ich schätze Oli sehr und er hat mir auch bei wichtigen Entscheidungen in meiner Karriere immer gute Ratschläge erteilt. Außerdem schreibt Pietro Lombardi, dass er daran glaube, dass wahre Freundschaft nie endet. Für mich heißt ein Freund zu sein, in geilen und beschissenen Zeiten da zu sein, und das bin ich und das ist Oli genauso. Punkt. Oliver Pocher reagiert übrigens prompt auf die Nachricht seines Kumpels, indem er Pietros Story selbst auf Instagram teilt und dazu schreibt, alles richtig. Kuss zuwerfender Smiley der Comedian, der zwar öfter mit provokanten Aktionen und Sprüchen auffällt, beweist eine Sache immer wieder, er ist loyal. So stand er Luke Mockridge, 35, in schweren Zeiten bei und vertrat auch eine zurückhaltende Meinung in Bezug auf Till Lindemann, 61, während des Rammstein-Skandals. Bei Solange Ein Klис Klä sled Klop 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 Vielen Dank.